Ja, wir sind hier bei Dorfart Frevershausen 2018 und eines der wichtigen alten Kunstobjekte ist dieses Kleinod auf dem Hügel, die Frevershäuser Dorfkirche, die als Kunstobjekt mit vielerlei Einzelobjekten hier mit zum Dorfart gehört. Wir stehen jetzt hier im Chorraum und da kann man eines beziehungsweise ein Gebäudeteil sehen, der wahrscheinlich der älteste unserer Kirche ist. Etwa 1250 entstanden, wir wissen nicht genau wann, aber aufgrund der Architektur. Wir haben einen romanischen Eingangsbogen und dann den Übergang in die Frühgotik, sichtbar an den spitzgratigen Fenstern. Das ist so die Zeit, die hier im Raum Nordhessen um 1250 diesen architektonischen Übergang zeigt. In der Klosterkirche in Heiner ist das ebenfalls so. Man hat dort mit 1215 im romanischen Baustil noch begonnen und danach im gotischen Baustil die Kirche fertiggestellt. Ähnlich also hier in Frevershausen. In diesem Chor, der sehr wahrscheinlich eine Wallfahrtskapelle auf dem Jakobsweg, auf einem Jakobsseidenweg war, findet man durch Fresken dargestellt das, was den ermüdeten Pilger abends hier erwartete und ihn aufmuntern sollte. Also den Gottesbezug wiederherstellen, ihn die Frage beantworten, warum bin ich überhaupt auf dem Weg, warum mache ich das? Und das wichtigste Indiz dafür ist das leider jetzt schon sehr verplasste 13-teilige Bilderensemble der Jakobus-Legende, die sich von der Nordseite rund um die Chorwand nach außen auf die Südseite hin fortsetzt und dort die Jakobus-Legende bildhaft darstellt. Die Menschen des Mittelalters konnten ja nicht oder meistens nicht lesen und wurden dann über Bilder informiert. Hier hinten kann man noch sehr schön erkennen, über was ich rede, nämlich hier sind Pilgerfiguren zu sehen, eindeutig ist der Pilgerhut zu sehen, es ist ein Pilgerstab zu sehen. Man sieht in dieser Jakobus-Legende, wenn man die kennt, auch, dass jemand hier auf der Leiter steht, um einen an dem Galgen hängenden Menschen dort wieder loszumachen. Und am Ende der Legende wird eben dieser Mensch gerettet, weil er durch seine Eltern auf dem Jakobsweg und in Santiago ankommend Hilfe erfahren hat. Daneben zeigen diese Fresken biblische Gestalten und biblische Symbole. Wir müssen uns vielleicht zunächst mal klar machen, was sind Fresken? Fresken sind in den feuchten Putz gemalte Bildnisse, die den Vorteil haben, dass sie fest mit dem Untergrund verbunden sind. Im Gegensatz dazu gibt es Kalksekumalereien, da ist der Putz trocken und die Farbe wird oben aufgetragen. Es gibt keine innere chemische Verbindung und die Gefahr besteht, dass die Bildnisse wieder abblättern. Hier in der Kirche sind diese Fresken noch relativ gut erhalten. Sie leiden aber durch die aufsteigende Feuchtigkeit aus den Grundmauern. Und das ist auch der Grund, warum sich hier in Frebershausen ein Förderverein gegründet hat, 2005, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die kunsthistorischen Schätze dieser Kirche zu erhalten, beziehungsweise Gelder einzusammeln für deren Sanierung. Die Fresken zeigen, um es ganz kurz zu Ende zu führen, zum einen die zwölf Apostel dort oben. Und da diese Kirche eine Jakobskapelle war, ist natürlich die Hauptperson hier der heilige Jakobus der Ältere. Und an ihm sieht man die Attribute eines Pilgers sehr deutlich, den Pilgerhut mit der Pilgermuschel, das Jakobspilgerzeichen, den Pilgerstab und auch die Pelerine, den langen Pilgermantel. Daneben eben alle anderen der zwölf Apostel, dort oben in den Medaillons die Symbole der vier Evangelisten. Dazwischen immer wieder Rankenwerk und figürliche Darstellungen, die wir nicht deuten können, die vielleicht nur als künstlerische Füllobjekte dienten oder aber vielleicht auch einen symbolischen Gehalt haben, den wir noch nicht erkannt haben. Hier zur linken an der Nordwand, leider schon sehr stark verblasst, Christus als Weltenrichter mit dem Schwert im Gesicht, mit dem er die Welt richtete. Die einen kamen in den Himmel und die anderen in die Hölle. Da gibt es viele verschiedene Darstellungen zu diesem Bildnis. Rechts oberhalb des Taufsteines die heilige Maria mit dem Kinde im Strahlenklanz, also Mutter Gottes. Darunter ein Taufstein von 1593, der ein aus einem Stück gehauenes Taufobjekt ist und den ein reicher Ackerbürger hier in Frevershausen seinerzeit gestiftet hat. In diesem Taufstein sind alle Frevershäuser Bürger nach 1593 getauft. Man sieht dort unten das Zeichen des Steinmetzes, der dieses hergestellt hat. Wir sehen weiter, noch schöner in der Abendsonne zu sehen, in den Laibungen der Fenster, Heilige, die bildlich dargestellt sind, der heilige Georg dort hinten, und der heilige Martin von Thurs dort hinten und der heilige Georg hier, der Schlangentöter. Das ist aber wirklich nur noch zu erkennen, wenn die Sonne sehr tief steht und die Lichtverhältnisse entsprechend passen. Aber deutliche Beispiele dafür, dass diese Fresken nach und nach durch die aufsteigende Feuchtigkeit vergehen. Und auf der Ausgangsseite links sind weitere drei Personen dargestellt, wo es mehr oder weniger Vermutungen gibt. Hier kann es die heilige Barbara sein mit dem Turm, daneben ein Bischof mit einer Bischofskrümme und der Bischofsmitra. Und hier vermutet man, dass es sich um die heilige Katharina handelt. Aber genau das wissen wir nicht. Es geht dann nach den schriftlichen Zeugnissen so weiter, dass die Kirche oder die Kapelle einen Anbau erfahren hat, etwa um die 1570er Jahre. Der Rohbau stand schon lange Jahre brach vorhanden. Und die Gemeinde hat einen Bittbrief an den Grafen zu Waldeck gerichtet. Er möge doch die Kirchengemeinde unterstützen, weil sie noch völlig unverkleibet, also unverputzt war. Und der Graf ist dieser Bitte gefolgt und hat dann Geld gegeben, um die Kirche mit einem neuen Dach einzudecken und auch verputzen zu lassen. Und aus der Zeit stammen auch, und da können wir jetzt vielleicht mal hingehen, die Putzstempel. Diese Putzstempel waren ganzflächig überall in der Kirche vorhanden. Man sieht hier noch Reste auf der Südseite. Hinten im Orgelbereich sind noch mehrere erhalten. Und hier an der Nordseite sind auch noch einige erhalten. Wenn man nach oben schaut, erkennt man aber, dass die Kirche vollständig im Kirchenschiff mit Putzstempeln versehen worden ist. Und die haben wir jahrelang nicht geachtet und beachtet. Sie waren halt da. Sie sind verunstaltet durch verschiedenste Renovierungs- und Baumaßnahmen. Erst der kunsthistorische Denkmalpfleger der Landeskirche hat uns dann auf die Wertigkeit gebracht. Es gibt in ganz Südniedersachsen und im gesamten nordhessischen Raum keine ähnlichen dieser Putzstempel in Kirchen. Man findet es ab und an noch in alten Herrenhäusern. Aber in Kirchen sind sie für Nordhessen hier in Frevershausen einmalig. Was sieht man, auch wenn die Waldecker immer den Waldecker Stern dort hinein interpretieren? Es ist zwar ein achtzackiger Stern, aber nicht der waldeckische Stern, sondern es soll eine Sonne darstellen. Man sieht florale Elemente, hier eine Blüte. Und man sieht hier immer wieder, wie sich wiederholende Putzstempelelemente, die florale und geometrische Figuren innehaben. Hier zum Beispiel Lilien auf dem Kopf dargestellt. Und die Besonderheit ist, in diesem Dreieck über diesen Lilien auf dem Kopf stehend, findet man immer wieder in diesem Dreieck zwei Buchstaben. Es geht die Vermutung um, dass diese Buchstaben die Initialen des Künstlers sind, der die Model erstellt hat. Diese Putzstempel, der Name Stempel sagt ja schon, man drückt etwas, sind entstanden durch Formschnitte, wahrscheinlich in Birnbaumholz. Und diese Formschnitte wurden dann systematisch in den feuchten Putz gedrückt und ergaben dann so diese figürlichen Darstellungen. Wir haben zusammen mit der Landesdenkmalpflege im hinteren Bereich, im Orgelbereich, dort wo am wenigsten restauriert wurde, diese Putzstempel dann in einer kleinen Fläche, wo sie am besten erhalten waren, restauriert. Und man kann sehr schön dort hinten sehen, dass durch das Überstreichen und nicht nachrestaurieren die Ursprünglichkeit erhalten wurde. Hier ist es zum Beispiel so gewesen, dass der damals sehr kunsthistorisch interessierte Dorfschullehrer Kuckuck mit den Kindern in Anführungsstrichen Werkunterricht durchgeführt hat und diese Putzstempel mit Zahnbürsten und kleinen Bürsten freigelegt hat. Lehrer Kuckuck war es auch, der 1932 die Fresken wiederentdeckt hat. Also er war schon ein sehr interessierter Mensch und er hat auch damals bei der Freskenfreilegung das Richtige gemacht. Er hat einen befreundeten Kutzprofessor in Kassel mit einbezogen, als er nämlich hinter einer abblätternden, kleinen, weißen Putzscheibe dunkle Farbe erkannte. Und dann hat man erkannt, dass unter diesem weißgekalkten Kapellenraum tatsächlich Malereien und am Ende Fresken waren. Und die sind dann behutsam freigelegt worden. Und dieser Lehrer Kuckuck hat eben so etwas auch gemacht. Man muss es immer vor dem Zeitgeist sehen, ihm lag das Objekt am Herzen. Aber aus heutiger Sicht hat er da vielleicht nicht so fein gearbeitet, wie wir es heute machen würden. Aber in 300 Jahren sagt man auch, wir haben vielleicht einiges falsch gemacht, was aus unserer Sicht als richtig anerkannt wird. Man sieht, dass die Kirche, wenn Sie oberhalb der Orgel schauen, auch noch Malereien in Grau hatte. Dieses Grau hat dann Eingang gefunden bei der Renovierung 2007. 2007 ist die Kirche wieder in Betrieb genommen, also zwischen 2005 und 2007 hat hier eine kräftige Renovierung stattgefunden, zu der unser Förderverein wesentliche Spendenbeiträge durch Spendeneinsammeln geliefert hat. Sie können auf den Fotos, einige hängen dort hinten, sehen, dass die Balken, diese liegenden Balken, sämtlich abgefault waren auf dem Auflager. Und so eine Kirche hatte ja im Mittelalter noch keinen Ringanker. Es ist in den 1942er, 1943er Jahren Wasser eingedrungen, weil im Krieg das Dach nicht kontrolliert wurde. Die Eichenbalken, die schon 500 Jahre alt waren, fingen an zu faulen. Und wir haben mindestens fünf Jahre mit drei oder vier verschiedenen Stützen, Fichten, Stämmen, die überall hier reingestellt wurden, damit die Decke nicht einbrach, Gottesdienst gefreut. Und aus dieser Idee ist der bis heute noch sehr rege Förderverein entstanden. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, sämtliche Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung dieses Kleinods zu unterstützen. Wir haben 2014 eine Seminararbeit an der Uni in Dresden durchführen lassen, die sich mit den Fresken beschäftigt, weil wir gesagt haben, wir wollen erst mal wissen, was haben wir für einen Bestand. Festgestellt wurden sieben verschiedene Farbschichten durch Infrarottechnik offengelegt. Wir haben dort einen kleinen Exzerpt aus dieser Seminararbeit aufgehängt. Und erst dann, wenn wir sämtliche Basisdaten haben, werden wir versuchen, weitere Restaurierungsarbeiten, soweit sie möglich sind, durchzuführen. Das Entscheidende ist die Feuchtigkeit. Wir haben hier zwei Feuchtemesser drin, zwei Trecker, die ständig messen im Halbstundentakt und uns über das Jahr hinweg eine viel zu hohe Feuchtigkeitskurve liefern. Das liegt natürlich daran, dass diese fast meterstarken Bruchsteinmauern keine Isolationsschicht haben und die aufsteigende Feuchtigkeit auch immer nach innen abgegeben werden. Wenn wir die optisch schönen Teppiche messen würden von der Feuchtigkeit, dann würden wir sehen, über was ich rede. Wir hatten insbesondere in den Wintermonaten für unseren Chor den Chorfußboden mit solchen Teppichen ausgelegt, die rochen vor Schimmel, weil die Feuchtigkeit aus diesem Wollgewebe nicht herausging und sie ist halt in diesem Raum drin. Das heißt, man muss, wenn man eine Renovierungsmaßnahme durchführt, mit diesem Zustand einfach umgehen lernen. Was haben wir noch an Kunstobjekten hier drin? Das ist zum einen diese viel zu große Orgel, die 1934 hierher gekommen ist. Die Kirche hatte vorher einen Vorsänger, die Annalen belegen, dass 1842 ein Vorsänger namens Paul hier beim Gottesdienst die Lieder immer angestimmt hat. Danach gab es ein Harmonium und 1934 ergab sich die Chance, diese Orgel zu erwerben. Das ist die Orgel aus der alten Landesschule in Korbach. Das war ja das Gymnasium des ehemaligen Fürstentums Waldeck und die hat die Orgelbauerfamilie Vogt errichtet. Als die Renovierung anstand, wurde die Orgel herausgenommen und dann konnte man die Kirche in seiner Ursprünglichkeit mal wieder sehen. Viele wissen gar nicht, dass im Mittelalter Gottesdienste im Stehen gefeiert wurden. Wenn man so an die großen Kaiser-Intronisierungsmessen denkt, dann fand das immer im Stehen statt. Und dieses Raumgefühl, die Bänke waren auch draußen, ergab sich auch in dieser Renovierungsphase. Und dazu kam dann die Diskussion, Kirchenvorstand, Kirchengemeinde, auch Kirchenaußenstehende, kaufen wir uns nicht eine neue Orgel oder nehmen wir diese Orgel saniert wieder zurück. Die ist für über 40.000 Euro saniert worden, weil die Fachleute gesagt haben, das ist eine der wertvollsten Orgeln, die die Orgelbauerfamilie Vogt gebaut hat. Und wenn ich Ihnen, das kann ich vielleicht gleich mal machen, einen Blick in das Innenleben gebe, dann erkennen Sie, warum das so ist. Da sind mehrere tausend Einzelteile aus Holz, Leder und natürlich auch Metall, was die Pfeifen anbelangt, drin enthalten. Und diese Orgel ist aus der Vogt-Dynastie der ersten Generation. Die nachfolgenden Generationen, die Firma ist wohl dem Alkohol geschuldet, dann irgendwann ruiniert und zu Ende gegangen. Aber aus der ersten Generation hat man handwerklich hochqualitative Orgeln geliefert. Und deswegen kam dann auch die Entscheidung, ja, sie ist ein bisschen zu groß, aber sie ist so wertvoll. Für uns Frevershäuser ist das kein Sakrileg, wir haben uns daran gewöhnt. Aber für Außenstehende häufig so ein Hindernis, wenn man hineinkommt und guckt, vorher so eine Holzwand, die die Orgel umhaust, für uns selbst kein Problem. Wir lieben sie mittlerweile wieder, weil sie alle Töne, wenn der richtige oder die richtige Person an den Tasten ist, wiedergibt, die man beim Singen hören will und hören kann. Ja, das waren einige kleine Kunstobjekte in dieser Kirche. Wir haben nicht gesprochen über das Kruzifix, wir haben nicht gesprochen über diese Schiffssäule, wir haben nicht gesprochen über den Waldecker Stern und die noch immer nicht entzifferten Schriftzeichen an diesem Waldecker Stern, die wahrscheinlich Jahreszahlen darstellen sollen, die auch im Kontext mit dem Zeichen oberhalb des romanischen Rundbogens zu sehen sind. Die Kanzel ist ein Objekt, zumindest zum Teil aus der ersten Kirchenschiffsphase und die Fenster, die früher mal gotisch waren, erzählen auch noch eigene Geschichten. Ich kann nur jeden Besucher einladen, wiederzukommen, um die Geheimnisse nach und nach zu erforschen und zu lüften. Im Rahmen unserer Dorferneuerung, die Acht Jahre Werte, haben wir uns in Frevershausen ein Logo gegeben, Tradition mit Zukunft und das Symbol dieses Dorfhades und dieser Dorferneuerung ist das Kirchlein auf dem Hügel, weil egal aus welcher Richtung Sie kommen, Sie zuerst die Kirche wahrnehmen. Und so war es nur sinnschlüssig, dass wir die Kirche auch in unseren historischen Dorffahrt mit eingebaut haben und sie dann eben auch auf diesem Weg immer wieder zum Besuch einlädt. Sie ist eine offene Kirche. Das heißt, den ganzen Sommer über kann man hier zur stillen Einkehr hineingehen und sich seinen Gedanken widmen.